Hm. So, bin ich jetzt hier sicher? Ich glaube schon. Nur jetzt die Frage, wofür das Ding gehen? Welche Seite geht dann auf? Jojo, kein Problem. Gucken wir mal ein bisschen links und ein bisschen rechts. Links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, rechts, links, rechts, 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 rechts. Ich kriege ein bisschen Angst hier. Oh, schön. Hallo. Bist du wirklich Redstones bester Mann? Schlau bist du nicht gerade, oder? Macht ja nix. Hoch da und Kabel durchschneiden. Was bist du nur für ein Idiot? Jetzt verstehe ich, was Redstone an dir fehlt. Jetzt wirst du sterben. So, jetzt ist es völlig nach unten. Macht ja nix. So. Jetzt ist es dunkel. Ja. Was für eine Scheiße? Was für eine Scheiße? Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Was ist da oben noch? Hat ihr plant meine Freunde geladen? Redstone hat sich ja noch zählen. Schön ist hier nur ein schwarzes Müllchen. Hier ist alles schwarz. Ah ja. Jetzt ist es wieder hell. Und hier geht die Tür auf. Wo sind wir jetzt? Im Keller. Hier müssen wir noch rauskrautschen. So. Habe ich das wohl auch überlebt? Ist gut. Wer ist sehr gern wieder in Mütterchen Russland? Gehen wir hier unten ein bisschen durch. Ah. Er ist auf der Südseite. Er darf nicht noch mal. Ich kann mich nicht verteidigen. Ach. Geh doch weg. Ey. Kopf in den Kopf. Oh. Glück gehabt. Ja. Gut. Ich brauche Entdeckung. Ich brauche eine andere Waffe. So. Noch mehr von euch? Der ist hier noch eher gekommen. Irgendwo ist gut. Hier bin ich du. Sackgesicht. Schafschützengewehr, komm her Du bist hier einer, so Gut Nee, die Schoenvieh schon wieder Nervig So, dann gehen wir mal hier durch Hier müssen wir crouchen Kisten Fässer Was zum Einsammeln So, jetzt bin ich da gerade unter uns durchgekrautscht, oder was? Was gibt's denn hier lang? Ein Hammer Du bleibst unter Werkzeug, ja, dann Mhm Okay Wo geht's jetzt weiter? Hier ist ein Stromkasten, da kann man nichts dran machen, okay Von hier aus bin ich da gekommen, oder? Gehen wir doch mal hier weiter Fass Treppe rauf C2 Ruhe da Ja Ja Fein gesichtet, fein tot, ne Oh, nee Noch so'n Viech Ups, das lebt ja noch So Und so Was passiert da? Was passiert da? Okay Okay, nichts weiter Ne, wir fahren's mit Dann Schock mich doch nicht so, ey Mein Gott Wer hilft immer noch? Ich steck dir eine Karnade In den Arsch Sucker Ich geb doch einfach Ach ja So Ja, kommt her Ich glaube ich habe beide einmal gesetzt Ich habe beide einmal gesetzt Ich muss die andere hin Boom, Headshot! Und da ist noch einer Ich muss nachladen Ich muss nachladen Boah, du bist ein nerviger Mist-Sack So Einfach weitergehen Runter, rauf, rauf, runter Mein Gott, wie verläuft man sich hier drin? Dann läuft man sich hier drin Okay Okay Ja Da stirbt doch einfach Ach, jetzt bin ich da stehen geblieben Ich stirb Und ich stirb Ist der jetzt tot oder nicht? Ich glaub schon Jetzt wird aber mir zum bunter mit euch dahinten Das ist doch noch ein zweiter So, auch kaputt So, noch ein paar Minütchen, dann sind wir aber fertig Wir werden die Folgen auch nur so ungefähr 15 Minuten Ich muss jetzt noch rendern und ich hab nicht mehr so viel Zeit So, dass ich nicht mehr viel machen kann Aber es Das darf euch einfach nicht schlafen Weil es ist nicht anders Ja, dreh dich um Ja, ja, komm her Geh doch einfach sterben Komm, guck, geh gleich So, tschüss Geh, mach dich schneller Weg geschossen So, hat noch einer geschossen Da ist der Suka, Prater Oh, ja Beweck dich Kameraden, nach vorne Beweckung Beweckung Ja, der Kerl macht euch fertig Kameraden, nach vorne Nein Erinnert sich noch hinter den Herbst gesehen Nicht schlecht Aber gegen mich nicht brauchbar Da kommt ja noch einer Ich glaub nicht, ich hab dich gesehen Oh ja, noch einer da hinten Ach, jetzt hör doch auf Hier immer auf mich zu schießen Nee Ihr haltet mich doch nur auf Hier ist ne Leiche Da ist ne Leiche, cool Ach, ihr seid ja zu dritt Los, Beweckung Wir müssen hier weg Denke die Sprache Da ist ja noch einer, oder? Na ja Ich seh dich Okay Soviel zu dem Hier ist ne Leiche So Oh mein Gott, wo kommen wir noch von euch? Da ist aber gut hier So Slirt doch Geht toch So Mal ein bisschen miteinander noch rumschließen es ist ein bisschen doof so in Deckung zu werden so hier gefällt mir aber nicht wir machen lieber wieder ein aufschroft bitte die macht einfach mehr wumms okay nächst natürlich mit einem winstick ja auch hier drin geht das er muss hier irgendwo sein ja ich suche ihn ja suche mich mal schön auf einer team mein letzter winstick ist kaputt ja auf mich zu drehen wie soll ich das nur uns erwischen mensch frechheit aber ich jetzt so komm kopf raus gucken komm komm da hinten ist ja noch einer cool hier sind aber einige ich sterbe ich nicht weitermachen komm 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 Junge, hör auf mich zu schießen, echt jetzt? Ich muss erst in Ruhe nachladen, so vielleicht. Ja du musst alles machen, da ist ja noch einer dahinten. Zwölf Schuss mal noch, ja super. Noch mehr, hallo? Komm, du lebst ja noch, komm guck wenigstens raus, damit ich würdevoller schießen kann. Dann müssen wir mal die Zunge verschwinden, so jetzt hab ich ihn aber. Reißt, wir machen jetzt noch ein bisschen mit der Schuf hinterher? Nein. So, ich mache jetzt eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Session. Auf Wiedersehen. Tschööööö.